Diese süßen Baby-News kommen überraschend. Fernanda Brandau hält ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit. Jetzt verkündete die Musikerin gleich zwei großartige Neuigkeiten. Fernanda Brandau, 38, wird demnächst vor den Traualtar treten. Diese wundervolle Nachricht gab die einstige Hot Banditos-Sängerin gegenüber Bunte bekannt. Doch es kommt noch besser, die 38-Jährige erwartet zudem ihr erstes Kind. Fernanda Brandau verrät, er ist der Mann an ihrer Seite wie Brandau erklärt, ist Roman Weber, 36, der Vater ihres ungeborenen Babys und zukünftiger Ehemann. Weber ist der Stiefsohn des im April vergangenen Jahres verstorbenen Menschenrechtsaktivisten Rüdiger Neberg, 84. Der Heiratsantrag sei für Brandau etwas ganz Besonderes gewesen. Der 36-Jährige fragte seine Traumfrau vor den Augen seiner Mutter. R. Die Hochzeit soll definitiv noch vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes stattfinden und auch über ihre Schwangerschaft gibt die einstige DSDS-Jurorin einige Details preis. Mittlerweile ist Brandau im sechsten Monat schwanger. Für die Geburt haben die Musikerin und Roman Weber genaue Pläne. Unser Kind wird ein Nomadenbaby, so die 38-Jährige im Gespräch. Brandau möchte ihr Kind in Lapland gebären. Das Paar hat offenkundig vor, nach Lapland zu ziehen allerdings nicht dauerhaft. Wie Weber erklärt, wir werden wie Nomaden leben und schauen, wo uns das Leben so hinführt. Da weder Fernanda Brandau noch er selbst sesshaft werden wollen, sei ihr Plan für sie genau richtig. Das Paar hat auf jeden Fall, nach Lapland zu ziehen, wo uns das Leben so hinführt.